Mach dich auf Brand heiße Action mit diesem riesigen und äußerst beweglichen Mac ausgelegenen Yago Movie gefasst. Der Feuer-Mac verfügt über ein aufklappbares Minifiguren-Cockpit, zwei Scheibenwerfer auf den Schultern und zwei Arme mit Flammenwerfer-Elementen. Enthält sechs Minifiguren mit unterschiedlicher Ausrüstung, so zum Beispiel auch die zwei Katanas von Kai und Sanis Pfeil und Bogen Minus, um noch mehr spannende Rollenspiele zu ermöglichen. Enthält sechs Minifiguren, Kai, Seen, Loren, Henry, den Hammerhai und Jelly. Der Feuer-Mac verfügt über ein aufklappbares Minifiguren-Cockpit, bewegliche Arme und Beine, zwei Flammenwerfer mit durchsichtigen Flammen-Elementen, zwei Scheibenwerfer auf den Schultern, zwei mit Miniarge-Symbolen verzierte Flammenbehälter und zwei Flaggen mit Samurai-Emblemen. Untertitelung des ZDF, 2020